Fragen Sie sich, wie Sie Ihr Skype-Konto schließen und löschen können. In diesem Video werde ich Ihnen zeigen, wie einfach es ist, Ihr Skype-Konto zu löschen. Zunächst müssen wir uns in unserem Konto anmelden und dann drei Punkte neben unserem Namen auswählen. Wählen Sie dann die Option, um das Konto zu schließen und alle Bestätigungen zu akzeptieren. Dann geben wir unsere Login-Daten ein und bestätigen den Rest der Bestimmungen. Sie müssen sich daran erinnern, dass wir durch das Entfernen des Zugriffs auf Skype auch den Zugriff auf andere Microsoft-Dienste für das angegebene Konto verlieren. Daher ist es wichtig, die allgemeinen Geschäftsbedingungen zu lesen und andere Dienste auf ein anderes Konto zu übertragen. Wenn der Film für Sie nützlich war, schießen Sie eine Pfote und Abonnements mit einer Glocke. ... ... ...